So, wir sind gerade essen, Burger, also es ist hier eine Kulisse wie im Fußballstadionsalon mit einer riesen Leinwand, da läuft nochmal Basketball. Ja, also ich nehme mir gleich Cheeseburger, ich glaube Benni haut sich ein Steak rein, oder? Ja, das ist toll, das ist auch der Krasse. Es ist erstmal so, wir haben bestimmt 20 Minuten gesucht im Restaurant, weil irgendwie sind hier immer mega die Warteschlangen, ja und wenn dann keine Warteschlangen sind, dann ist es nicht das passende gewesen, irgendwie war es ein bisschen anstrengend, ja alles klar.